Hallo ihr Schnuffelhäschen, hier ist wieder euer lieber Maximilian, der toxische Coach aus der Rand und Band hier, der liebe Leon, er hat mir erlaubt, dass ich das auch hier veröffentlicht kann und Leon ist Coaching-Teilnehmer, also er ist Coaching-Teilnehmer bei mir gewesen im Coaching und hat sich dann als Coach beworben und seinen Motivationsschreiben möchte ich gerne mit euch teilen, denn es sagt ziemlich viel darüber hinaus, wie es jungen Männern in der Gesellschaft heutzutage geht. Also wenn dich das interessiert, dann bleib auf jeden Fall dran, viel Spaß bei dem Video. So, der Leon schreibt, ich möchte gerne ein Coach werden, weil ich jetzt weiß, dass das, was gelehrt wird bei Casanova Coaching auch wirklich funktioniert. Ich bin absolut davon überzeugt, dass es auch das Richtige ist, den Männern beizubringen, wie man Frauen auf eine spielerische, lockere und authentische Art verführt. Die ganzen Tipps von den Disney-Filmen, Liebesfilm-Romanen und von den Feministen, die sagen, man soll einfach nur nett sein und seine Gefühle zeigen und auch mal die verletzliche Seite zeigen, sind alle voll für den Arsch. Ja, lieber Leon, das geht nicht nur dir so, sondern das ging mir genauso. Und das Lustige ist ja immer, das habe ich auch mit dem guten Störte Priester, checkt seinen Kanal mal gerne aus, diskutiert im Interview, das mir ja oft unterstellt wird, dass ich irgendwie eine bestimmte Ideologie, ein tradiertes Frauenbild vertreten würde und das pushen möchte. Nee, also Leute, ich kann euch das nur sagen von mir aus. Ich bin vollkommen ideologiebefreit. Es ist mir vollkommen egal. Ich würde es sogar begrüßen, wenn Frauen ein bisschen aktiver beim Dating wären. Es ist nun mal nicht so. Ich beschreibe euch wirklich hier auf diesem Kanal nur das, was meine Erfahrung in 20 Jahren als Männercoach mir gelehrt hat. Und alles, was ihr hier bekommt von mir, ist die harte Realität, wie sie da draußen aussieht. Die ist für viele erstmal unverständlich und vielleicht auch schockierend, aber sie ist so, wie sie ist und das hat sich in meiner Praxis immer wieder bestätigt. Das heißt, wenn Leute zu mir kommen ins Coaching, dann sind sie erfolgreich. Davor, wenn sie diesen ganzen gesellschaftlichen Bullshit-Tipps von Riso und Konsorten folgen, sind sie es nicht. Das ist klar. Wenn morgen auf einmal alle Frauen anfangen würden und sagen, hey, ich bin jetzt auf einmal aktiv, ich gehe auf Männer zu, ich date jetzt auch Männer unter meinem Status, ja, die Chefärztin datet auf einmal den Kindergärtner und so weiter, dann wäre ich der Erste, der sagen würde, hey, wow, super, da hat sich ja echt krass was verändert. Ich muss euch sagen, jetzt sprechen euch auch Frauen an. Aber es ist halt nicht so und es hat sich auch in dieser Zeit, auch selbst bei den Dating-Apps, nichts diesbezüglich geändert. Es ist ja sogar so, dass selbst bei den Dating-Apps die Frauen eher passiv sind und wenn dann ein Match stattfindet, sie erstmal darauf warten, dass der Mann schreibt. Selbst wo das Investment so gering ist für die Frau, lässt sie den Mann erstmal kommen. Das ist einfach eine Realität. Seitdem ich rausgehe und aktiv auf Frauen anspreche, haben sich auch viele weitere Bereiche in meinem Leben stark verbessert und ich finde wieder seit längerem pure Lebensfreude. Und das möchte ich auch anderen Männern beibringen. Ich möchte einer sein, der gegen diesen Blödsinn kämpft, der gerade abgeht mit LGBTQ und den ganzen Linksextremisten, die fest davon überzeugt sind, dass Männer und Frauen gleich ticken. Es wird eine Propaganda durchgesetzt, die meiner Meinung nach Männern und Frauen schadet. Es wird eine Lüge nach der anderen erzählt und die Wahrheit wird gecancelt und das macht mich einfach nur verrückt. Es tut mir auch weh, wenn ich sehe, wie diese Jungs in meiner Klasse, ich mache aktuell noch eine Ausbildung zum Jugend- und Heimerzieher, absolut eingeschüchtert und ohne irgendein Selbstbewusstsein durchs Leben gehen. Es macht mich verrückt, dass ich der Einzige in der Klasse bin, der sich lautstark gegen das Gendern äußert, während die anderen Jungs Angst haben, etwas falsch zu sagen. Meine Generation und die kommenden entwickeln sich in eine katastrophale Richtung. Jo, und das ist auch wirklich, wirklich sehr, sehr bedenklich. Und wenn man jetzt überlegt, ich meine, ich kenne den Leon jetzt, der hat ja jetzt schon bei unseren Workshops ein paar Mal ausgeholfen, hat jetzt seine Coaching-Prüfung bestanden, heißt, er wird in unser Coaching-Team aufgenommen und kann dort als Coach bei uns arbeiten. Wenn du da ein Interesse dran hast, dann kannst du auch gerne eine E-Mail an uns schreiben, an bewerbung-at-casanova-coaching.de. Erstmal formlos, dass du dich interessierst, dann können wir dir den ganzen Prozess erklären. Es ist, wie gesagt, eine Nebentätigkeit, hauptberuflich machen das bei uns wenige. Aber wenn du da Bock drauf hast, Leuten unter die Arme zu greifen, dann melde dich gerne bei uns. Ja, und der Leon hat mir gesagt, dass es für ihn wirklich sehr, sehr schwer ist. Er ist ja, er lernt gerade Erzieher, so wie ich es auch gelernt habe, aber zu unserer Zeit war das Gott sei Dank noch nicht so. Also es waren natürlich auch sehr viele Linke da oder Urlinke, aber das waren vernünftige Linke. Damals war ich selber Linke, aber selbst, die waren halt nicht irre, denn wenn sie so irre gewesen wären wie heute, dann wäre ich damals wahrscheinlich kein Linker gewesen, sondern das waren ganz normale, gute Menschen, die Pazifisten waren, die halt irgendwie wollten, dass es allen Leuten gut geht in Deutschland und so weiter und so fort. Und gute, vernünftige Menschen. So, und jetzt für ihn wird es fast unmöglich gemacht, da überhaupt zu bestehen. Und das führt wieder dazu, dass solche Leute wie der Leon sich dann darüber nachdenken, ob sie vielleicht alles hinwerfen und eine andere Ausbildung machen. Denn wenn er da nicht gendert, kriegt er da Ärger und kriegt immer Gegenwind. Und was er mir erzählt, dass er da schon oft gesagt hat, er hat da einfach keinen Bock mehr drauf. Und ich sage, Leon, du musst es irgendwie durchstehen, denn die jungen Männer in den ganzen Anstalten, also jetzt bei, was weiß ich, im Heim, egal, überall fehlen Männer an der Seite von Kindern und Jugendlichen. Und das, was Männer Kindern geben können, gerade jungen Männern, das können Frauen halt Männern leider nicht geben. Und das wissen wir aus mehreren Untersuchungen, dass die meisten gewalttätigen Männer aus Familien kommen, die ohne Vater aufgewachsen sind. Das ist nun mal eine harte Realität, die sich halt einfach nicht von der Hand weisen lässt. Pickup hat mein Leben um 180 Grad gedreht und ich weiß, dass es so vielen Männern auch weiterhelfen wird und auch ihr Leben verändern wird. Ich bin sehr dankbar für die Einladung, da ich Maximilian Pütz seine Arbeit sehr schätze und auch sein Engagement auf YouTube bei politisch unkorrekten Themen. Seine Videos haben mir auch weitergeholfen bei der Corona-Impfgeschichte. Dank eines seiner Videos zum Impfen konnte ich noch besser zu meiner Meinung stehen und ich habe mich nicht unterkriegen lassen durch den sozialen Druck. Ich hoffe, dass ich dem Team nützlich sein kann, die richtigen Waren weiterzugeben und die Welt besser zu machen. Ja, schöne, das war sein Bewerbungsschreiben an uns. Deswegen haben wir ihn noch eingeladen und Leon hat mir auch was dazu erzählt. Er hat Fußball gespielt im Verein, die haben immer draußen trainiert und selbst da konnte er eine Zeit lang da nicht dran teilnehmen, weil er halt nicht die Impfung hatte. Draußen, an der frischen Luft, beim Sport. Ja, ich weiß, verrückt, aber es waren verrückte Zeiten. Ja, liebe Leute, schreibt mir gerne, wenn ihr junge Männer seid, eure Erfahrungen in die Kommentare. Gerne auch per Mail, wenn ihr wollt, dass ich es auf jeden Fall sehe und ihr euch Mühe gibt. Wenn ihr ganz lange Berichte schreibt, dann schickt sie mir lieber per Mail, dann habe ich auch eine Möglichkeit, die zu teilen, weil manchmal gehen auch Kommentare unter. Das ist auf jeden Fall der beste Weg für euch. Und wenn ihr noch Probleme habt mit den Frauen ansprechen oder allgemein mit dem Thema Frauen, dann habe ich gute Neuigkeiten für euch, denn ich werde jetzt am 29. August ein Webinar machen, das vollkommen kostenlos ist, in dem ich euch beibringe, da braucht ihr noch nicht mal zum Workshop von mir zu kommen, den besten Weg, den ich finde, wie man Frauen kennenlernt. Und das ist halt im alltäglichen Leben. Jetzt haben viele das Problem, dass sie sich natürlich sagen, ja, was soll ich denn da sagen? Und das ist ein valider Grund. Wie soll ich sie denn ansprechen? Und das ist das Thema, was die meisten Männer davon abhält, Frauen auch im richtigen Leben anzusprechen. Und diese Punkte werden wir alle dort durchgehen bei dem Webinar. Also ich werde euch nicht nur sagen, wie ihr die Frauen ansprechen könnt, sondern ich werde euch auch sagen, welche Sachen ihr sagen könnt, wie ihr Smalltalk lernt und so weiter und so fort. Alles, was ihr dafür machen müsst, ist euch einfach einzutragen. Der Link ist hier unten in der Beschreibung. Und das Webinar ist vollkommen kostenlos für euch. Ja, kein Haken, da wird euch auch nichts verkauft oder sonst was. Das ist keine Verkaufsveranstaltung. Ich denke einfach, dass ich da den Leuten einfach mal so ein bisschen Starthilfe geben möchte. Und wer dann Lust auf mehr bekommen hat, da freue ich mich natürlich, wenn ihr bei mir zum Live-Workshop vorbeikommt, dann lerne ich euch auch live kennen. Ich war jetzt gerade wieder in München mit 20 stabilen Männern unterwegs. Und das ist für mich natürlich der Schönste, wenn ich nicht nur hier für ein PC setze, sondern die Leute live kennenlerne. Aber wie auch immer, das Webinar wird euch mega helfen. Auch Frauen sind herzlich willkommen. Ihr könnt es euch auch gerne reinziehen, wenn es euch interessiert. Wenn ihr da nicht nur rumtreuen wollt. Also wenn euch das interessiert, kommt auch gerne als Frau. Aber es ist an Männer gerichtet und es soll Männern helfen, Frauen kennenzulernen. Also, in diesem Sinne, meine Lieben, und an ihr nicht vergessen und küsst mir die Glocken bis demnächst. Euer Maximilian.